Guten Morgen aus Prenzlau. Wir haben kurz nach 7 und heute steht der Prenzlauer Hügelmarathon an 226 km. Grobe Daten, wie gesagt, 226 km, 1400 Höhenmeter und Rennrad. So, Startnummer habe ich und jetzt noch ein bisschen warten und dann geht es hier oben. Gegenseitige Rücksichtnahme, ganz ganz wichtig. Da sagt euch gegenseitig die Gefahrenstellen ein. Ja, die Zeit läuft. 10 Minuten sind noch bis zum ersten Start hier. 16. Auflage des Hügelmarathons in Prenzlau. Ja, vor kurzem war der erste Hügel und ich denke mal, ich bin heute Abend so richtig hip einmal. Also, eigentlich ist der Prenzlauer Hügelmarathon richtig cool. Man fährt mal vorne, mal hinten, je nach Talent und ich habe kein Talent. Aber ich war auch schon vorne. Dann kam so ein Waldweg und ich fahre jetzt richtig zurück. Ich bin auch schon am Ende der ersten Gruppe. Also, Gas geben! Kleiner Status. Also, wie gesagt, mittlerweile haben sich die Gruppen getrennt. Jetzt haben wir kleinere Gruppen. Und es ist schon mal definitiv entspannter. Und 75 km. Ich habe auch noch keine Pause gemacht. In 15 km kommt der dritte Versorgungspunkt und da muss ich definitiv eine Pause machen. So, 126 km. Wenn du beweisen willst, dann rechen wir mal kurz. So, 126 km. So, 136 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 km. So, 326 km. So, 4350 km. So, 143 km. So, 454 km. So, 454 km. So hier sind die rel 129 km. So, 451 km. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020